Der Engel des Herrn aus Gottes Macht hat Maria die Botschaft brach, sie soll die Mutter Gottes sein und bleiben eine Jungfrau rein. Maria sprach, ich bin ganz rein und will die Macht des Herrn sein. Dein Wille, o Herr, geschehe an mir, mein Herz, o Gott, das schenk ich dir. Das heilige Wort, das Fleisch worden ist und wird genannt, Herr Jesu Christ. Dein bitteres Leid, o großer Gott, das stärkt mich in meinem Tod.